Ich bin der Uli Groninger vom Rösslerhof. Die Gärtnerei heißt Gärtnerei am Rösslerhof. Der Hof liegt oberhalb von Weingarten auf circa 600 Meter Höhe. Das ist relativ hoch für Gemüseanbau, hat aber den Vorteil, dass es doch etwas sonniger ist als unten im Schussental. Da hat es oft Nebel, während wir hier Sonne haben. Trotzdem ist es natürlich im Durchschnitt kälter, was dem Gemüse eigentlich zugute kommt, weil es langsamer wächst und dadurch besser wird. Wir haben sehr viele verschiedene Kulturen und haben sehr viele Nischenkulturen. Wir haben hier bunten Mangold. Das ist eine Bio-Zichtung. Die Sorte schmeckt kräftig. Die schmeckt kräftiger als Spinat. Ich mag es am liebsten als Lasagne, als Mangold-Lasagne oder auch ganz gern als Mangold-Quiche. Also diese Kultur, die kommt jetzt in circa zwei Wochen, also Anfang Juni, zu botan in Handel und ist dann erhältlich. Wir haben mehrere Sätze, ist dann erhältlich bis Ende November, Dezember. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.